Nächste Woche, wenn es wieder heisst Weak Flash, freuen wir uns auf einen ganz besonderigen Gast. Oh ja, freuen wir uns nicht nur auf den Akzent, wir lieben ihn natürlich auf die Diskussion. Nämlich mit dem Nazi-Hockey-Trainer Sean Simpson. Komplettiert wird die ganze Weak Flash-Runde von René Rindlisbacher. Und wer ihn kennt, weiss, längweilig wird es auf keinen Fall. Das wird es sicher nicht. Also einschalten, nächste Woche, wenn es heisst Weak Flash. Weak Flash